Tagtäglich kommen wir in Kontakt mit Bakterien und Viren. Diese verbreiten sich unsichtbar und oft in rasender Geschwindigkeit. Umso wichtiger ist ein zuverlässiger Schutz dagegen. Pedaldesinfektionsständer. Endlich ohne Handkontakt desinfizieren. Völlig neu auf dem Hygienemarkt. Der Pedaldesinfektionsständer aus Edelstahl. Robust und sicher gegen Vandalismus. Der Ständer funktioniert rein mechanisch und braucht daher weder Strom noch Batterien. Das heißt, sie sparen Geld, schonen die Umwelt und können das Gerät an jedem Ort aufstellen. Sowohl in als auch Outdoor. Zum Beispiel in Produktionsstätten, Freibädern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, an Veranstaltungsorten oder in der Gastronomie. Bis zu 7000 Mal Hände desinfizieren. So viel gibt der frei befüllbare 10 Liter Kanister her. Und das ohne Handkontakt. Denn bedient wird das Gerät mit dem Fuß. Mehr Hygiene geht nicht. Pedaldesinfektionsständer. Handdesinfektion ohne Handkontakt.